Hallo und herzlich Willkommen zu Counter Strike Global Offensive Wir spielen Kanals Und ich bin nicht alleine der Nox, der Alex spielt noch mit, da vorne vor mir läuft er Ja hi, bist aber unmotiviert heute Ich bin voll motiviert Sie wird als Alex, kann man gar nicht sein Wir haben noch ein kleines Problem, weil sie Ich weiß nicht, welche Taste ich sprechen habe Ich auch nicht Wir haben nur so ein kleines Problem, ich glaube wir kennen beide die Karte nicht Ich glaube ich kenn die Du kennst die, ich hab sie noch nie gespielt Ich hab die schon einmal im Deathmatch, einmal im... Und ich muss auch sagen, ich hab das ganze Spiel bestimmt schon seit einem Jahr nicht mehr gespielt Wie irgendwie alle Spiele, die ich letztes Play Da sag ich immer an der ersten Folge, ich hab das Spiel schon lange nicht mehr gespielt Und ich weiß nicht, warum... Nee Ich glaub nicht Wow, das warst du Die Waffe hat die Waffe Die Waffe hat die Waffe Die Waffe hat die Waffe Wow Da kommt... Da kommt unser Team Oh Gott, ich muss in den Einstellungen gucken Machst du Äh, wo ich sprechen habe Ich hab aber keines genug bei der M4A4 Das ist ja K 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 Ich glaub ich mach den Teamsprachschät gleich aus, wir gehen ein bisschen auf die Nerven. Ja, wär gut. Wir sind echt alle auf A. Hat das ne A? Warten der ne A für her? Jetzt 3 kills gemacht dann, oder so. Okay, ich schieß richtig schlecht. Das war sogar ziemlich peinlich. Ich muss dich mal eben muten, wenn ich rausfinde wie das nochmal ging. Kommunikation blockieren war das, oder? Kommunikation blockieren ist es. Sonst höre ich dich doppelt wenn du sprichst. Also wenn du sonst im Spiel sprichst, dann höre ich dich doppelt, das ist ziemlich nervig. Ja, ich weiß. Und was macht da? Der hat doch 12VP. Der hat doch 12 mehr als er braucht. 11 mehr. Der schafft auch mit 0. Der kann auch mit 0 dem. Links ist er. Erst muss Steps machen und dann weiter steichen. Der ist andere Seite. Der ist auf Volk gelaufen. Diffusend. Was denn der letzte? Ja, Diffusend. Ja, warte, glaub ich war noch zu spät, oder? Hätte direkt Diffusend das geschafft. Ich bin ziemlich sicher. Erstmal gucken noch, wenn noch 0 Gegner leben, ob da noch eine vielleicht rumläuft. Das ist wichtig. Wenn du keine Gegner mehr hast, dann laufst du immer garantiert noch welche rum. Und der kauft schon wieder. Ich kaufe auch. Ich spiele MP7. Deagle. Ich habe immer noch meine, ähm, immer noch meine, ähm, McTen nicht unbenommen. Das möchte ich mal machen. Da kann ich die vielleicht mal, kann ich die mal auf zählen. Ich wollte ja immer Holy McTen nennen. Wenn der Skin so cool aussieht, die ich da drauf hab. Welche Skin hast du nur drauf? EAT. Da ist er glaube ich. Für ganz günstiges. Ich hab vielleicht hab eigentlich nur günstige Skins. Ich hab nie genug Geld, um eure Skins zu kaufen. Und wir sind eigentlich immer... Ich geh auf B. Ich glaube, es sieht nach B aus, ja. Finding B. Oh. Oh. Ich bin tot. Ich hab dem noch 85 gegeben. Aber bei A sind auch welche Alex. Ich hab eingekillt. Es ist geplantet. Also, so eine Information. Nein. Äh, B spot. Half-Life. Ich glaub, das wissen die mittlerweile auch. Schade. Oh, ich hab noch einen, den ich muten kann. Mute die jetzt alle. Die sind einfach nur am rumschreien. Ja. Aber ich kann kaufen. Äh, ich auch. Jedenfall. Äh, Kevlar und... Farmer, zwar. Ich mag die Farmer. Schöner Hyper Beast. Ja, ja. Hab die Survivor. Sie. Was ist denn hier grad los? Was ist denn hier grad los? Ich hab mal eben 300er Ping. Ich geh mal ein bisschen in die Deckung. Okay, wenn ich die Deckung noch finde. 15 Ping. Oh, 300. 266. Einer ist auf A. Und letzten noch 200. 170. Einer auf A. Ja, noch kann ich mich nicht zeigen. Ist ja wieder bei 2. Was ist denn grad los? Ich geh... Was ist denn... Warum hab ich denn so einen hohen Ping? Äh, die kommen da jetzt um die Ecke, ne? Da wo du grad... Also die kommen. Ja, die sind so auf dem Holz. Oh my god. To the holes. Holes. Genau. To the holes. Die guten alten Holes. Ich geh mal nach B rüber. Ich weiss, wir wurden... Bombe bei B. Ja, ich geh über deren... Der plantet bei B. Boah, ich ziel pro Team. Ich geh nicht so schlimm. Ah ja, ich kenn die Maps jetzt so ein bisschen. Erkenn ich hier alles. Scheiße, sorry. Ach, jetzt hab ich mich... Hab ich mich erschrocken, weil du mich angeschossen hast. Der ist recht um die Ecke ist einer. Wow, Messer. Ich hab mich so mega erschrocken, wo ich einfach von hinten angeschossen wurde. Aber warum hab ich denn grad so einen hohen Ping gehabt? Ich geh da grad wieder runter, aber... Ich wurde gemessert, Alter, die dumm. Und wo bist du denn gemessert worden? Hinten. Aber ich stand auf Spot. Hab auf den geschossen, den ich getötet und wurde dann gemessert. Also wollt auf die Kiste. Aber du warst der, der auf mich geschossen hat, oder? Ja. Okay. Ich hab mich erschrocken. Ich war da grad wieder um die Ecke schleichen. Noch einmal krieg ich Schuss in den Rücken. Dreh mich weg. Lauf über das Öl. Drück weiter A aus irgendeinem Grund. Lauf dann in seinen Schuss. Wer von zwei Seiten beschossen. Also ich glaub, ich hol mir jetzt ne Negev, ne? Ich brauch schon gar nix. Ne, ne Diegel brauch ich. Ich brauch gar nix. Ich brauch ne Diegel. Ja, weißt das Problem war einfach... Ich dachte, unser Team ist hinter uns. Ich hab nicht auf die Map geguckt. Dann, äh... Was ist denn da grad mit meinem Ping los? Das ist doch nicht normal. Ne, dann kam halt einfach ein Gegner hinter mir. Okay. Boah, ich weiß nicht, was da mit meinem Ping los ist. Ja, ich schieß noch, ey. Jetzt bin ich auf beiden Seiten wieder. Boah. Ich kann mich kaum bewegen. Der eine hatte ne Negev oder sowas. Ich glaub doch, man war bei A bei B ist auch was. Ich hab den... Ich war nicht getroffen, hab den da aber gesehen. Boah, ging was für... Ja, B. Da kam ne Awe. Ja. Scheiße. Der zeigt sich nicht. Ich bin ja immer am Desktop. Für die Leute, die ich wundern, sagen, warum das Bild nicht weitergeht. Ich hab keine Ahnung, was hier grad bei mir los ist. Ja, wow. Der hab ich gesehen. Also der hab ich gesehen, aber der hat mich gesehen, ohne dass ich... Okay, ich dachte, der sieht mich nicht. Alles klar. Wir haben richtig gutes Team, hab ich gehört. Ja, richtig genial. Boah, eine Runde haben wir schon. Das ist gut. So, A. Hä? Will dich selber kicken? Ne, wir kicken hier keinen. Wenn du raus willst, dann... So, was kommt? Ich versteh nicht, warum ich so einen hohen Ping hab. Ich will nach B. Einer ist auf A. Einer ist auf A, mindestens. Ja, ich weiß. Die teilen sich immer auf. Ich glaube aber, dass die hier irgendwo herkommen können. Blinding B. Ja, wow. Jetzt, ich kann nicht mal schießen. Bin auf dem drauf und dann zitter ich einfach weg. Richtig geil. Ist das auch so einen hohen Ping oder warum? Nein, ich hab einfach gezittert. Aber unsere teammates sind halt irgendwie so scheiße. Die stehen nur in der Ecke und machen irgendwie nix so. Hab ich das Gefühl. Wo kam denn der her? Einmal kommt er von hinten. Jetzt stirbt er. Der ist nämlich da am Fenster. So. Geht doch. Noch einer links. Da ist noch einer. Ja. Lale. Schade. Ich entblocke die Ma. Ich will wissen, was die sagen. Guys, please go 1B. At least. Gehen wir auf die Nerven. Oh mein Mann. Immer so wenig Geld. Ich hab jetzt den Negerf geholt. Ich will MP7. Ich bleib auf. Ich geh mit auf B. Ja. Also MP7 kann ich A nicht machen. Wir gehen alle B. Also wir gehen beide B. Okay, ich komm mit. Ich geh hoch, okay? Vor an B. Die Bombe ist aber A. Weiß nicht, wie sie aussieht. Warum mit der Negerf ist mir jetzt inzwischen so extrem langsam. Ich hab dich so stark geschlagen gemacht. Ich kenn mich hier nicht aus. Wie bin ich hier? Einen hab ich auf B. A war auf A. Wow. Da kam einer von hinten. Da kam nicht. Da kam keiner von hinten. Da kam keiner von hinten. Ich bin hier von hinten gekommen und der hat sich umgedreht und dann war ich tot. Und mit der neuen Negerf komm ich ja gar nicht klar, ne? Irgendwie. Ich hab's noch gar nicht ausprobiert. Willst du auch gar nicht? So, spiel ich mit meiner schönen Scout? Ich will auch. Snack die im Kennel weg. Ich hab den besten Ping auf dem Server. Was ist denn da los? Ich weiß nicht, was da los ist. Ich wollte mich einfach ärgern. One to B. Hat ne A aber. Das war mit einer nicht gerechnet. Two on B. Lebst du noch? Oh mein Gott! Lebst du noch? Gaut hätte ich gegeben, ja. Ich lebe noch. Wo sind die denn? Einer war noch B. Was ist einer? Schön. Und ich hab in der AK gesnackt. Nice. Ich hab ne A aber gesnackt. Aber ne schöne Wetline mit drei Stickern. Du wirst es pro. Willst du die A aber vielleicht tauschen? Was hast du da? Ne AK? Ne AK? Echt? Ich hab grad keine Lust ABP zu spielen. Ich hab grad keine Lust ABP zu spielen. Ich hab grad keine Lust ABP zu spielen. Ja, das ist das Ding. Ich hab grad keine Lust ABP zu spielen da. Hast du die? Okay. Ja. Jetzt war ich zu langsam. Jetzt kann ich keine Lust mehr snacken. Was kannst du nicht mehr stacken? Ach, die an der Brücke. Ja, okay. To go B. With the bomb. Alter, pushen sich glaub ich. Der eine ist AFK. Ich glaub du bist gestorben. Ne, der ist nicht AFK, der bewegt sich. Ganz minimal mit der Maus. Kann nicht wahr sein. Der kommt an unserem Spawn. Deiner. Der schießt auf dich an unserem Spawn. Ich weiß. Egal. Boah, die Bombe ist gepläst. Ne, ist gar keiner. Da rechts war noch einer. Der hat raus geguckt. Was war das denn bitte? Ich weiß es nicht. Aber die AK war gar nicht so schlecht. Es ist noch einer. Äh, dann spiel ich M4. Da kann der mit dem Taser eingelaufen gerade. Ich bin total erschrocken. Was für Dreckskinder sind das? Grenade out. One at least B. Wie viele sind B? One. Einer. On spot. No scope. Ich hab den. Einer ist Brücke. Direkt zu unserem Spawn. Leer. Ja. Ich hab den im Fenster genoscoped. Mein kill beim no scope. No scope. Noch ein. Bombe ist aber A. Bleib oben. Stell dich in irgendeinem. Geh raus. Geh raus. Oder guck aus dem Fenster. Einer ist äh Richtung Spawn. Also rechts. Darunter gehts rechts quasi. Mhm. Und den anderen weiß ich ja nicht. Aber wir gucken alle hin. Guck mal nach. Ja. Ja. Äh. Nice. HWP für mich. Ja schon anderer genommen. Der andere hat auch einer. Da habe ich vier kills gemacht. Das war gar nicht schlecht. Hat auch das selber gehabt. Ah nein. Jetzt hat er die. Mann. Wie viel Geld hast du? Hm. 6. Warum? 6.000. Kannst du mir die M4 legen? Wenn du möchtest. Oder irgendwas? Danke. Das war aber die schlechte M4. Da ist kein Skin drauf. Let's go. Autotack. Ich habe mir die Autotack geholt. Es tut mir leid. Geil. Hat unser Team mehr Teil. Ist ja nicht schlimm. Was macht ihr denn da? Wieder welche tot? Ich habe die Bombe hier. Die Bombe liegt in der Mitte. Da ist noch einer. Der hat noch 30 Leben. Wo ist die Mitte? Ich weiß nicht wie das heißt. Der Platz wo du da hinlaufen kannst. Ich weiß nicht wie das heißt. Ich weiß nicht wie das heißt. Ja. Ziemlich genau in der Mitte der Karte. Zwischen A und B. Diese freie Fläche. Wo du gehen kannst. Ah da in der Mitte das ja. Ja genau. Das da. Da war der. Oben. Und die Bombe ist runter gefallen. Die Bombe liegt da noch. Da oben zwischen den Fenstern war der eben. Okay. Jetzt habe ich 3 Kills die Runde. Cool. Ich habe jetzt eigentlich zugeguckt, aber trotzdem cool. Ich habe die Bombe da unten geschossen. War ganz praktisch. Wien gemacht. 4 Kills. Ich bin neutral. Wo bin ich denn? Positiv. das erste spiel seit einem jahr ist das eigentlich gar nicht so schlecht ja ich habe schon mal ein oder zwei spiele mal zwischendurch hier und an gespielt aber das letzte ring das habe ich schon lange nicht mehr gespielt nein wir haben auf land mehr gespielt und land von bedauern wo ist das mitte wieder oben was was und mobilen war okay klar weiß ich wo ich mich hinstellen soll ja nicht gesehen es gibt keinen lang mann also ich würde es nicht lang nennen den weg von uns aus geradeaus über die brücke nach b würde ich niemals lang nennen wo ist denn lang es steht oben links lang dann tut es mir leid aber weiß gar nicht wo lang ist das ist die bombe ne ja die liegt hier das wirst du steppen das ist ein team läuft doch was auf arom oder nicht holst du mir die gleich danke wenn ich überlebe ja da kam der mit der schrotze das schafft er nicht 30 sekunden unser typ nicht stirbt schafft er das nicht mach abwarten das kriegt er nicht geplätet das ist der weg den du rennen kannst nichts gucken nicht zeigen das schafft er nicht der sterflug krieg das pende dann noch guck mal der ist links das war geifisch schlecht tatsächlich über die schrotze konnte ich ja nicht viel machen da war ich fast tot nach der arfe und so scheiße bin ich auch nicht aber ich bin irgendwie auf der map nicht gut die aber hat mir leider noch einen schuss mitgegeben das war ein bisschen böse ja das war wirklich schwierig ja wirklich gar nicht redest du grad mit ins mikro? ja hab ich dich immer noch zu leise einer b einer b er hat dir einen headshot mit der ak gegeben wir sind wieder mitte oben nimm das jetzt einfach bitte und hat der in anderen namen ja das ist auch ein mitte Hof das heißt Hof das ist ja nicht so wichtig 1 ist Balcony 2 A 1 ist Balcony 2 A der ist ja noch 2 gegen 5 also einer ist bei uns am spawnen mit Aave was bist du? ja der Bombe geht gleich hoch also der Bombe geht gleich hoch also A ist geplantet oder? ja da sind 2 da sind 2 wohl ja einfach beide cool A oder B geplantet ich würd sagen das ist B oder? ne A ist das da kommst du aber nicht hin oder? der war A gut zuerst der letzte ah hier Wasser wie heißt das Kanal? da ist er ok willst du mir den m4 kaufen? ihr ne m4? ja ja danke 3 3 2 3 3 aber auf dieser Map bin ich echt ein Orb Gott ne? 10 5 du müsst ihr vielleicht bei A bleiben erst nämlich nur Einer aber man ist Gott und B das heißt also ich mir da habe echt dumm angestellt bei b oder? Kann nur b sein ist auch b da ist einer in der ecke das ist fies also der ist tot. Ja ist keiner mehr da. Wird aber eng. Wird auch fiesig eng. Alter wenn der jetzt nen Molly wirft ne? Oder ab schnell. Zwei kills und den defuse. Cool bist du bester am team. Ja man 33 Punkte ich carry euch. Ich will auch mal Orb. Ja ich snack halt immer kennels. Also hinten nach B im Kanal halt immer snack ich immer einen ab. Oder versuche ich. Komm mit dem mal mit dahin. Obwohl ich geh mal nach oben wieder. Da habe ich eine ganz gute Posi. Da kommt dein teammate. Ah ok. Einen noch. Zwei noch. Der teammate sollte dich decken eigentlich. Der kommt jetzt hoch. Ja da habe ich NoScope versucht daneben geschossen. Macht man nix war die letzte Runde. Ja das war auch blöd. Der AWP ist in engen Räumen irgendwie. Aber 6 Runden auf einer. Also das ist eine T-Map eigentlich für dich. Ja. Anschließt geheißen schlecht. Boah ich will nicht. Du wankst im Lied. Was ist? Ich habe Silber 1. Nö ich hole dir keine. Go B ok? Ok. Ja ok. Hier komme ich einfach hier nach B. Mir folgen. Purple folgen. Ist das eine Leiter? Wow. 2 on B Spot. Oh my god. Weißt du? Drei von uns rennen einfach weg. Geil. Ich dachte die haben das mehr unten. Wascht man den Spot? Da sind noch zwei links rum. Wofür wascht man einen Spot? In der Runde? Wenn man nix macht. Nice team. Very well. Habt gedacht ihr an wir wollen mit dem mitgehen. Ich wollte mal da die Treppe sichern. Dass sich das einer hochkommt. Ja ich geh was super. Pissgesicht ey. A oder B. Mal gucken wo grün hinläuft. Gibt die dem nicht. Und der wirft sogar noch seine Waffen weg. 2 on A. 2 on A. Wo will die Bombe denn da oben hin auch kommen? Die Leute leiden da hoch. 1 on A spot. 1 on downstairs. Ich weiß nicht wer die Bombe hat. Ich hab die Bombe. Ein bisschen warten hin damit. So ist die Bombe. Nein. Wir kicken dich nicht. Mann. Oh Mann. Das ist die Bombe. No. Das sind unsere Mitspieler. Ach okay keiner mehr da. 1 on. 2 auf. 2. 2. 3. nice asses hast du es jetzt geholt? ja Ich habe 250 gekauft und dann habe ich drei oder vier gemacht letztendlich. Ich habe drei weggemacht, denn einer die Bombe hatte und der Bombenkollege wurde ja oben weggemacht, Richtung Mitte, oben in den Fenstern, hat mir die Bombe geholt, die abgekämpft hat, weggemacht, der nachgekommen ist, die weggemacht und die beiden noch auf 4 kills habe ich gemacht und ich kann sie widerspielen was ich habe sie meine one and only sg 553 ultra aber violett Schlechte schieße und trotzdem gar nicht so schlecht bin Ich habe einen gekillt mit auch wenn eine Bandgranate war, doch da ist Bester. War klar. Oh, ich habe Sprengstoff dabei. Wollen wir mal hin. Boah. Entscheidet ihr? Ich snack wieder einen. To be or not to be There's a question here. mehrere auf worüber was hast du gemacht zu b und noch zu wie habe ich gesagt da habe ich gar nicht zugehört richtig 64 einer kommt von a also vom cd-spawn wofür spiele ich denn jetzt habe ich überhaupt die ganze zeit gespielt doch wir wollen wir noch wie da dürfte eigentlich keine auf b sein ich habe kein rüber laufen sehen deswegen ich gehe mal durch das habe ich zu spät gesehen nächstes problem ich habe ja auch nicht geguckt muss der her gekommen da stand doch welche von mir er ist leider der letzte das war schön eine waffen ja okay das ist die sache das ist halt eine team wir haben sechs runden geholt als t und jetzt haben die erst eine runde geholt als 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 ct und ich spiele einfach nicht mit granaten deswegen aber ein paar gerade warten nur die bombe hast du jetzt die bombe ja habe ich A oder B ich gehe auch mit einer A vielleicht schieße B wieder ein oder versuch es zumindest wo bist du gerade dv a dv a woanders behind denn hier spiele dv a dv a dv a dv 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 aber trotzdem geholt guck mal akk war gar nicht so schlecht ich habe jetzt eine arme macht das du hast doch die ganze zeit der arme oder nicht 1b 2b zu bekennen in der mittel da war einer drin ja hatte ich jetzt habe ich die granaten durchschalten eigentlich finde ich das auch an der granaten benutzen das wird aber blöd denkst du habt ihr leider auch nicht die fusion gehört haben schon wieder halt gar nicht sein doch nervig wie viele sind doch ein oder zwei noch höchstens jetzt noch keine hat ja das war der extra 40 punkte zwei rein oben im fenster solltest du denen noch ansagen das ist ja könnte ich machen weil ich das auf der karte auch oder nicht oder hat er ja schon aber trotzdem ansagen machen das halt besser ja ich mache aber nicht so gerne sagen hier sage ich das auch die anderen nicht doch 10.000 was 10.000 money ist aber doch ein ziemlich knapp hast knapper kampf hier das ist fies die dich da hinstellen da links davor drin ja da links jetzt von dir links drin in der tür wo dieser weggegangen wir hatten unsere bombe da ist vermutlich wo ist das wer ist hier keine ahnung wo das war wirst du irgendwo bei uns richtung sport gewinnen sein all right da hat er durch fenster geschossen ok ich hab ein fucking hp und ich hab zwei in ausgubst gemacht so mal kaka ist gut habe ich denn noch nehmen wir noch mal das hier mit und das so jetzt hab ich ja klickt hast du gekauft ne ich hab äh 3 statt 2 geschrieben aber im ganzen game waren es jetzt 3 also gilt das schon hier 1b witch ich 6 7 7 8 8 9 10 10 der wollte ninja die füße machen wo ist der von unserem spawn kommt er aus zu ausport sei mir vorbeigerannt weil ich im kanal war um fenster ist noch eine oben fenster ich stehe ab jetzt aber danke für den assist wie viel geld hast du 13.000 kann ich halte mal 321 die wird glaube ich gar nicht so schlecht ich sagen ob da was im kanal ist nichts können aber oben rum gehen noch weh deswegen heißt das nicht ich habe mich gerade für grüner schocken das war fies da war der mit schmutz warum haben die auch gehört zu schießen die müssen sich vielleicht auch merken wo die bombe liegt damit die da hinschießen können und ich habe richtig dumm gespielt wo warst du denn ja der hat mir leider einen one shot mit der schrotze gegeben da konnte ich nichts machen ich habe den mc10 gekauft habe dafür den akk du hast aber jetzt die bombe ja hinter dir da ist noch einer äh nichts die brand war gut ich brauche doch eine runde wussten das problem einfach noch weiter das brauchen wir das ich brauche auch wieder den kanal ich wüsste es mal wieder einfach nach a gehen dann klappt das auch 1v switch die sind nur noch am trollen ok ich werde eigentlich ein easy win werden ich bin ein cold over 1 eingestuft worden und du glaube ich gold nova drei oder sowas ausgestuft worden ich war drei das war gar nicht so schlecht das spiel oder alex war auch gar nicht so schlecht also vielen dank fürs zuschauen die folge lief ja eigentlich gar nicht so schlecht und bis zur nächsten folge tschau